So, ich befinde mich jetzt beim Lasertag. Genau, ihr habt richtig gehört. An Bord der Norwegian Bliss könnt ihr sogar Lasertag spielen. Also für alle Fanatischen, die gerne Lasertag spielen, macht euch auf den Weg, bucht bei uns die nächste Reise mit der Norwegian Bliss und dann könnt ihr euer Hobby auch an Bord in eurem Urlaub verwirklichen. Langweilig wird es hier sicherlich nicht an Bord. Sieht schon wirklich sehr interessant aus.